Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch über das Loot Lake Event ein bisschen informieren, denn dort hat das schon ein bisschen begonnen, das Loot Lake Event, und ich würde sagen, wir switchen darüber in die Spielwiese, da man dort am leichtesten eben halt das Ganze sehen kann. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen, und ich denke mal, das erste, was alle mitbekommen hatten, ein Loot Lake wurde ja ausgebuddelt, dort ist jetzt ein Bunker oder was auch immer, ein UFO oder ein Roboter, was auch immer das darstellen soll, das wissen wir eben halt noch nicht so ganz. Aber dafür gehe ich jetzt einmal nach Dusty, viel zu hoch gesprungen. Aber da sind ja ringsherum, glaube ich, fünf von solchen kleinen Schildern im Prinzip, die ich euch gleich mal zeigen werde. Und mit den Schildern ist jetzt etwas passiert. Es gibt ja drei große Event-Namen, einmal Sleepy, Leaky und Snow. Und diese drei verschiedenen Events müssen eben halt irgendwie vorkommen. Und da ist, denke ich mal, auch nicht Abschnitte von Events sind, dass es ein ganzes Event ist und dann irgendwie das erste, der Roboter steht auf, und dann im direkten Anschluss das Nix-Event schon ist, sondern dass es wirklich drei komplett verschiedene Events sind. Hier sieht man schon, hier ist so eine Rune aufgetaucht und jetzt fehlt, auch seit, glaube ich, gestern irgendwann, dieses Teil, seit gestern, glaube ich, um 18 Uhr. Das war da auch drin und dann ist eben halt die Rune aufgetaucht und das fehlt dann jetzt. Und das fehlt da dann eben halt auf einmal. Und ich zeige euch jetzt mal, wo das dann als erstes aufgetaucht ist. Und zwar muss man da einmal bis nach Lucky Landing hin. Ich glaube, es geht am leichtesten, wenn ich respawner. Und die ersten Game-Files oder die ersten Sound-Files werden damit auch schon abgespielt mit dem Event. Und wenn man die jetzt, ich weiß gar nicht mehr, welches Event das jetzt ist. Ich glaube, es ist aber das Snow-Event, zu dem das gehört. Ja, ich bin auf jeden Fall schon gespannt, was dann im weiteren Verlauf passieren wird. Das erste, dieses Event ist ein Event, dadurch, dass es ja fünf Rune gibt, wird es wahrscheinlich fünfmal passieren. Und das erste Mal ist natürlich das Spannende, weil wir gar nicht wissen, wo das, ja, was das soll, was da gemacht wird. Also, auf jeden Fall bin ich gleich da. Warum es da gespawnt ist, wirklich einmal quer über die Karte teleportiert. Dazu gibt es keinen Anhang, warum das einfach nur nach da gegangen ist. Weiß man nicht, wohin das geht, weiß man auch nicht genau. Weil das, was da passiert, ist komplett unberechenbar. Und es dauert vor allem auch lang. Am Anfang ging es schnell, aber das Live-Event dauert immer noch an. Es geht immer weiter. Und, ja, die Frage ist jemand, wann das das erste Ziel erreicht hat. Auf jeden Fall, da vorne so ungefähr, ist diese Rune, also ein Podest, unten mit so einem, im Prinzip so einem Schaft, hochgehoben worden. Und das dann hier aufgetaucht, mit so einer blauen Aura herum. Und dann ist es wieder so, wie mit den Steinen, bei den Ausgrabungsstellen, man kann darauf, allerdings, man kann auch darauf schießen, dann verliert es Leben. Am Anfang hatte das, glaube ich, 100 Millionen Leben oder so. Und wenn die immer down waren, dann bewegt sich das so ein Stückchen vor. Und das ist dann hier die ganze Zeit entlang gegangen. Hatte immer nur 100 Millionen HP. Und irgendwann hat sich dann Epic Games wahrscheinlich entschieden, weil das zu schnell ging. Wirklich nach, das hat sich, glaube ich, alle 20 Sekunden bewegt. Haben sie sich so gedacht, komm, mach, wir müssen langsam. Und dann ungefähr ab da braucht es dann, hatten die ausgetestet, irgendwie 200 Millionen HP, eine Milliarde HP. Ja, und jetzt, haben sie sich, glaube ich, auf irgendetwas geeinigt. Ich weiß gar nicht genau, wie viele HP es sind. Auf jeden Fall, im Prinzip genau, die Strecke, die ich hier gerade abgehe, ist es entlang gegangen. Dann auch hier schön weiter. Ich glaube, es hat noch nichts zerstört. Und die Frage ist jetzt, lädt es sich damit auf? Oder verscheucht man das im Prinzip damit? Auf jeden Fall ist es dann hier einmal so durchgegangen, durch das Tal. Auf der anderen Seite hoch. Ja, und gleich werdet ihr sehen, wo das in dem Moment jetzt ist. Und die Frage ist auch, wird es zurückkehren zu Ludwig, das irgendwie nur Energie gesammelt hat. Und da vorne sieht man es schon. Wie gesagt, so eine blaue Aura, im Prinzip so wie, so ein blaues Strahlen, wie die Rifts, das auch haben. und der schwebt immer hier rum, immer weiter, sieht zur Zeit so aus, als würde er nach Polar Peak laufen. Allerdings, wenn ihr die Route gesehen habt, der macht so viele Bügen hier einfach rein, man hat keine Ahnung, wo das hingehen kann. Und dann kann man eben so ein Geschützschirm zum Beispiel nehmen. Also Geschützschirm und Piratkanon macht am meisten Schaden, kann man darauf ballern. Und dann hat das gerade zum Beispiel, äh, wie viel? 217 Millionen HP. Und es geht immer runter, alle Server werden zusammengerechnet. Das heißt, jeder Schuss, den er darauf setzt, das sorgt natürlich dafür, dass das down geht. Ähm, sonst natürlich auch Dynamit und all so etwas, das würde viel bringen. Nur das Problem ist, man findet ja nicht unendlich Dynamit. Dann könnte man natürlich ordentlich Schaden verursachen, aber wenn man das nicht findet, bringt das ja auch nichts. Weil Granaten sind auch ganz schwierig, auch wenn man die ziemlich häufig eigentlich findet. Aber versucht mal, die da gegen zu, ähm, ballern. Ah, jetzt geht's. Wir machen aber nur 375 Schaden daran. Ich werde mal kurz warten, bis das sich bewegt. Das dauert ein bisschen. Verlierte ich mir all zu schnell HP. Ich glaube so, das braucht dann eben halt, 150 Sekunden oder pro Sekunde irgendwie eine Million HP down. Weil natürlich auch jetzt viele vielleicht nicht ganz so darauf sind, das abzuschießen. Ist natürlich auch Samstag, wir hatten vielleicht auch andere Hobbys vor, elendig oder dauerhaft einfach darauf zu ballern. allerdings natürlich auch immer so schnell man da aufballert, dass schneller wissen wir, was damit passiert. Und, ähm, ja. die, ich glaube, das Live-Event insgesamt wird sowieso nicht schneller vorbeigehen. Die machen auch nur 200 Schaden, die Haftgranaten. es bringt höchstens, ähm, Fernsehentladung, AC4 und Dynamit. Die machen 800 Damage jeweils. Und eine Piratkanone macht, äh, glaube ich, 2100 Schaden pro Schuss, äh, pro Sekunde irgendwie 5 Schaden. Da macht das Geschick so ein bisschen weniger Schaden, vor allem, weil es hier überhitzen kann. Ja, aber umso mehr man eben halt draufballert, desto mehr Schaden nimmt das. Und dann, äh, ist sie halt irgendwann, ähm, kaputt. Beziehungsweise, ähm, ja, die Lebensanzeige ist runter und dann bewegt sich das hier mal wieder. Gleich müsste auch soweit sein. Ja, man kann mit allen Waffen raufschießen, ähm, alles, was Damage macht, Fallen lösen übrigens nicht aus. Das heißt, man kann da nicht nochmal extra Damage verursachen. Fallen machen auch kaum Schaden, muss man ja ehrlicherweise sagen. BoomBogen macht ja auch nur 100 Schaden. Und auch wenn man zum Beispiel so eine Minigun hat, die ja eigentlich viel Schaden macht, aber die Munition ist natürlich irgendwann sehr, sehr schnell, Also, ARs gehen noch einigermaßen, sind jetzt natürlich aber auch nicht allzu stark. Ähm, es soll ja auch dann irgendwie so über die, ähm, über Lootlegs so ein, so ein Schild im Prinzip dadurch entstehen. Vielleicht geht's dafür Energie auf. Allerdings, werden wir weiteres erfahren natürlich, wenn das soweit ist. und gleich bewegt das sich. Eine Million HP. Und jetzt hat es, genau, 500 Millionen HP. Und dann steht das wieder und dann geht's immer weiter. Jede Bewegung ist hier mal eigentlich ganz spannend. Allerdings dauert das eben halt Ewigkeiten, bis sie sich mal bewegt. Und ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn weitere Informationen dazu auftauchen, werde ich euch natürlich darüber berichten. Und dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da, um mich weiterhin zu supporten. Und dann werden auch noch häufiger hier Videos kommen. Äh, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.